Die Führungsstelle meldet in diesem Gebiet verschiedene Ziele. Wir wissen nicht genau, wo sie sich befinden. Wir müssen sie also suchen. Wir kontrollieren die Positionspunkte auf unseren Karten. Findet sie! Äh. Äh. Alter, bist du schnell? Was ist denn los mit euch? Ah. Mhm. Es ist schon mal gut, dass man keinen Fahrtränser hat. Das gefällt mir schon mal los. Ah, okay, okay. Ah, hier kannst du ja wieder mal... Ja, doch. Sehr schön. Was muss ich denn jetzt hier hinten? Das ist ein schöner... Äh. Äh. Ich bin bestimmt bald tot. Uff. Das war ein eigener. Ja. Die Vorschrift, sag ich, den Mann, die boller. Oh. Hallo! Weil die alle pushen? Dann kann man das ja nicht hin. Die pushen ja genauso wie auf dem Server bei uns. Okay, wohin, wohin, wohin? Gefährlich. Boom! Oh, Erfolg. Erster Kill. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wie dicker Fluss. Okay. Krass, wie die einen einkesseln hier. Kommt die echt an die Rand? Wie kann man das Ding hochschießen? Jagen? Okay. Ehm, einen... Einen Stück weg lieber. Oh! 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 Nachleinen. Fuck, fuck, fuck. Oh, ich hab' keine Pistole hier, oder? Und... Ich hab' ein Schienengewehr! In Deckung! Oh! 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 Was ist denn hier los, Alter? Alter! Alter. Muss ja nur Tippchen da drinnen oder was? Was? Fuck. Hm. Leer. Ah, wo muss ich denn hin? Ich hab keine Ahnung. Okay. Das war doch ein Gegner. Uff, uff, uff. MG! Aufpassen! Lalalalalala. Cool. Fand ich lustig. Aufpassen! Aufpassen! Vielen Dank.